Hopp 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 hopp. Schneller, schneller, schneller. Jeder muss treffen. Nein, nicht von euch, von mir. Hopp hopp. Hopp 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 hopp. Nein, ich hab nichts mehr. Oh Leute. Dein Energietank gibt mir ja nur die Energie. Oder? Ja. Hä? Hä? Wie soll ich das sonst machen? Die anderen Teile können das Ding ja hier nichts beschädigen und das dahinter auch nicht. Oh Gott. Und irgendwie anders kriege ich ja keine Energie rauf. Wenn er gerade beim Schießen ist oder so, hat er dann eine verwundbare Stelle? Nein. Ah, okay. Ich check's schon. Ich check's. Ich darf davon nicht jeden kaputt machen. Ich muss mir ein bisschen was aufbehalten. Aber das hier ist natürlich notwendig. Hm. Jetzt sind wir da eins hier hoch. Ja, ich bin den Viechern ausgewichen. Geil. Ob ich hier jetzt auch wieder zurückkomme? Äh. Hahaha. Hat wohl doch nicht so viel gebracht, die Überlegung. Leute. Jedenfalls nicht an der Stelle hat's was gebracht. Oh Gott. Oh Gott. Hier zurück komme ich ja auch nicht. Äh. Komm. Wie viele Schüsse fehlen? Eine. Muss ich denn mal gucken. Na komm. C. Äh. Ja. Drei. Das hilft doch auch alles nichts. Das Zeug. Was ist das für ein Ding? Was soll der Scheiß? Damit kann ich rüber gehen. Lügen stopfen. Kann ich irgendwo mehrere gleichzeitig treffen? Äh. Ja. Sieht nicht so aus. Wenn denn hier gleich am... Bei denen. Aber nee. Oh Gott, ey. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Da gibt's hier irgendeinen, den man denn... So. Wenn man den killt, hat man geschafft oder so. Nee. Nicht wirklich, ne? Hat ja auch so eine Energieanzeige. So ein bisschen. Das Ganze. Warte mal. Ich kann eins. Zwei. Zwei. Zwei Dinge könnte ich aussparen. Mit ein bisschen Überlegung. Ich hätte auch drei aussparen können. Ich hätte den, den ich jetzt hier gerade verballe, aussparen können. Toll. Verfehlstated sag ich dazu nur. Ich... Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich hab mich aber jetzt verfehlstated mit dem... Von daher. Los Leute. Killt mich. Killt mich. Ich mach's nochmal. Könnt ihr mich nicht schneller killen. So lange ich dann auch wieder die Energiefeuer voll krieg. Die blaue Energie da. Killt mich schneller. Nicht killen mich softly. Killen mich hart. Fick mich hart. Nein. Fick mich hart. Durchbohr mich du so. Zack. Ready. Ready Freddy. Und? Okay. Ich muss das Ding dann erstmal wieder auffüllen. Das sollte aber hier möglich sein. Oh Gott. Wie weit haben die mich denn zurückgestellt? Ihr kleinen hässlichen Säcke. Ich hasse euch. Nicht die Viecher hier, sondern Capcom. Was sie hier mit mir machen. Das ist unverantwortlich. Hopp. 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 Zack. Und weiter geht's. Und runter. So. Und längs. Und safe. Und höpf. Und höpf. Und runter. Und safe. So. Ihr wisst ja, was das hier alles ist. Und so. Und dann muss ich dann ja nicht mehr viel sagen. Und. Ich kann mich auch beeilen, wie ihr es hier seht. Von daher werde ich ja nicht Pause drücken müssen. Denke ich mal. Oh, das ist fies. Was soll das denn? Ja, komm jetzt. Geht doch. Ich denke, er hat sich auch. Nicht wirklich beeilt. Zur Info. Ich habe immer noch keine blauen Energieteile. Aber die sollte ich dann spätestens da kurz vorm Ende kriegen. Von diesen... Keine Ahnung, was das darstellen soll. Viechern. Den Leuten mit Schild. Duuuuun. Duuuun. 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 Und zack. Und safe. Ah fuck. Falsche. Woosch. Und so. Und runter. Scheiße. Und so. Weil ich stirb. Genau. So. Ah. Gib mir diese blaue Energie. Komm. Komm, 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 komm. Die normale Energie ist mir scheißegal. Die kriege ich ja immer wieder. Durch diese Energietankdinger, Viecher. Komm. Huh. Ja, komm, los, hopp. Und zack. Und so. Und zack. Und zack. Und p. Okay. Äh. 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 Ich versuch's erstmal. Ohne. Energietank. Okay. Leute, es geht los. Und den Safestate verhau ich jetzt nicht. Hoffentlich. Was? Äh. Ist ja doll. Mh. Mh. Leute. Das, was ich vorhin weggebombt habe, ist jetzt dann auch weg. Das bleibt weg. Auch dolle. Okay. Das wäre dann die andere Möglichkeit immer zu sterben und dann es so neu zu machen. Okay. Und zack. Nein. Das kann doch nicht gehen. Das kann nicht sein. Mach kaputt.